Guten Guten Tag, Willkommen zurück zu Let's Play League of Legends mit Peric, Yoshi, Kati und Uri. Boah, ich komm nicht klar ey. Boah, ich muss mich mega zusammenreißen, damit ich loslache ey. Ja, ich mich auch. Boah, du hätt's gedacht, ey. Boah, scheiße, ich hab auf meinem Bildschirm gespuckt ey. Boah, hast du das schon ausgenommen? Ja, Mann. Boah, ist der Garen denn in der Mitte? Ist der ganz fettig? Ja, der will doch gar nicht. Der will nur, mein Gott ey. Boah, ich komm nicht klar. Aber ganz frisch in der Birne. Der geht doch, denke ich, mal hoch gleich, Mann. Ey, warum hat der Garen denn Flash? Weder Flash noch Dings mit? Hä? Okay. Teleport und Chaos Casper. Chaos Casper kann er anscheinend Deutsch. Ja, Casper hört er deswegen. Ist der ein Casper? Ach, der Rapper da, ne? Oder? Ist der ein Rapper? Ja. Der singt da auch mit so einer komischen Stimme. Die hört sich fast genauso an wie die von gerade. Boah, ich muss die immer noch sammeln ey. Hui. Aber die ersten Sekunden waren ganz schlimm ey. Boah, da muss ich mir den Mund so halten, damit ich nicht loslache ey. Ich hab auch mega so gegrinst. Boah. Ich mach keinen Rabe, ne? Sonst stil ich alles. Ja, will ich auch nicht machen, Jesoph. Haben wir ja letztes Mal gesehen, als ich da, was war doch, als ich Setsuani gespielt habe oder so, ne? Hast du noch den Kackengreis auch gesagt? Boah, krieg ich den Dicken? Ja. Ja, aber voll, ne? Nein, ich bin kein, ich bin kein Stealer-Boy. Egal, euch ist klar, egal wie scheiße das Game jetzt wird, das wird hochgeladen. So. Oh, sorry Dennis, hab ich dir nicht genug geholfen. Ah, Kati ist ja da. Ja, Kati ist ja da. Ja, Kati ist auch da. Ja, Lindenberg ist auch hier. Ah, Twitch und... Bin ich mega im Level. Boah, Alter. Voll mega im Level. Ja, verpasst zwei Minions. Einen Minion verpasst du. Pfeife. Boah, nee. Zweiter. Ich hab ja auch so'n Lame an G in der Mitte. Guck mal, ob der auch so'n Lame ist wie ich. QQ. Juu und ich mach nur E. Der Twitch von den Gegnern, äh, Q geskillt hat, also Invis. Lustig. Ja, witzig. Schon witzig, oder? Ja. Ich dachte, der macht da ein bisschen mehr Damage auf mich. Hab mich sowieso schon gewundert, wo der auf einmal herkam, ey. Schon gedacht, ich hätte wieder ein Lack oder so, ey. So, ich hab W geskillt, ne, den Slow. Ja, fände ich clever target, ne? Genau. Geil, ich kann den mit Silence unterbrechen und mit 4, ne? Wo läuft denn der Ding, da wohnen wir doch. Wenn der sich heilen will. Ach, da wohnen wir. Good job. Ja, das ist eigentlich mega counter-würdig. Hast du den auch noch? Überhaupt nicht. Boah, die Carry Leona ist back, ey. Ich hab nicht mein Assist bekommen. Na, hab ich da keinen? Ne, einen hab ich gekriegt. Einen, doch. Einen hab ich gekriegt, ja. Do it. Ich hab erst überlegt, ob ich Q-skillen soll. Da hätte ich mich unsichtbar gemacht und wäre abgehauen, aber... Ja, mein Greed. Geil. Nicht so great. Hast du gesehen, ne? Hat er geflasht? Garen gegen Fiora. Nice one, Hacker. Da war doch auch nice. Der heißt erstmal Joanna Banana, ey. Oh man, ey. Heute ist aber auch echt Comedy Day hier. Ja, ich weiß auch nicht, ja. Ich bin dann auch gar nicht lustig. Bambi Bone Crusher. Ach, die haben ne Situani? Oh man, war die schon mal irgendwo? Momentan ist richtig. Worte ist immer noch SS? Momentan ist gut. Momentan ist richtig! Tschöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö 3, 2, 1, Risiko! 1, 1, 1! Hey! Boah, was los mit dir, Dennis? Ah ja... Momentan ist RICHTIG! Du sollst auch so komisch reden, dieser... Ah! No heal! Boah, alter, wieviel Damage hab ich denn gekriegt?! Base Wing... Oh, die machen go! Da kommt n... Aufm Twitch! Aufm Twitch! blitzcrank lustig wie wir einfach umdrehen und den töten ganz dreist geht auch nur mit leona weil die so mega sämt sich gut er habe ich kann die creeps hier kann es ruhig wenn du weggehen wird es noch ein bisschen ich bin jetzt einfach die faust die hat mich noch am arsch gestriffen habe ich gesehen geh weg von mir ihr seid aber ganz schön drei sekunden ist also nein ist ja weiß ich nicht ich habe angst wenn ich die ratte spiel habe ich immer übelst paranoid jetzt habe ich ein bisschen was auf dem gewollt glaube ich wurde voll der hegel hat er mich gefahren der hegel warum nämlich nicht hittet weil ich vielleicht voll weit hinten stehen also leicht so leicht ist er hier war doch nicht geht auf die ganze map ich habe ich nicht gesehen also bottom brauchst du eigentlich gegen denn das ist eigentlich alles fein okay das ist eigentlich auch relativ einfach das kann man auch so auch nicht sagen das kann man sagen und zwar blu haben vielleicht ja das wäre 3 ja habe ich doch gesagt wie schlecht war das denn bei einem gekommen kann ich auch hier null konzentrieren hat er wird einfach permanent durch gelabert immer irgendwelche geräusche der eine macht lulu der andere macht alle er verstehe kein wort er warte ist gleich dann das doch noch so die time to die na ja das ist natürlich super geil gewesen als ich mich da graben lassen ab geil richtig geil stopp ist nicht mit deiner 8 jährigen stunden sind es war eine gay aktion ulti voll für eine kommentar ihr mit euren kommentaren ich steh drauf oh mann er wo alter leck mich doch wo das so ein brat kummer wie weiter geht wo der eine kill war so scheiße ich nackten arsch ins gesicht springt er mir hier warum habe ich mich da killen lassen verstehe ich nicht hatte du hast mich nicht beschützt du bist schuld ha 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 ich sage dreimal laut ja da als ich dann ja ich habe ich einen stamm einen schritt zurück über das nicht verstanden nein weil einfach voll laut war hier ja nichts gehört ja ist mir schon klar und da go ulti ich kann mich haben ulti hast du noch ja so schnell bin ich nicht ich habe noch meine ziemlich kleine als ratte da waren ja noch welche habe ich so alle getroffen mit meinem rabe rabe vincent raven er wird es anscheinend echt haben ja komm mach den tod ich habe getenkt ja 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 gut hättest du was gesagt habe ich ja mach den tod hat ja ich hab mal probeweise im kühlschrank geguckt wegen seiner anspielung von wegen ist kein obst im haus kathie bisschen krank hey guck mal ein live an was soll ich machen ja ich hab ja plötzlich weg ihn als wenn ich leona nicht wäre und kein problem habe ja wenn der jetzt ulti gezogen hat hätte dich gekistet der hat gekistet oh dann kommt der jetzt echt ja ich bin jetzt echt ja trotzdem ich hab doch alles was ich haben will ja ja komm ja vielleicht schon all sowas ja erzähl mir nichts ja ich bin jetzt die keiner angsthase echt oh kathy ja du bist so blöd der g geht mit dem junge wie gesagt so mit den items kannst du dir theoretisch auch schon den gürtel des riesen holen da giant's bed gürtel des riesen holen ihr könnt euch beide heilen ist das cool lauch twitch top ja bottom ist schon ewig miss no chance warum ist er denn so schnell nicht cool der twitch hat anscheinend keine lust mehr ey na da ist er der witsch der witsch war der witsch war der witsch war schon level 6 ist er schon wrong war aufgeholt ja farm hat er glaubt 22 farm hat er hier kommt der twitch wieder oder mit drei wort drei wort drei wort ja hab ich gehört bitte noch nicht weder erschienen aber ich denke mal der wird gleich wieder aufkommen ja ich verstehe kein wort wenn er so viel rein labert ich hab gefragt wo der pony ist keine ahnung der oben also ich hab ulti ready ich hab alles ready ich bin auch geboiled ich hab flash äh flash hab ich nicht flash ist der einzige was ich nicht hab frech na ist ein jungler da oder was aus sich so verdächtig weit nach vorne neiiiin werd unsichtbar NEIN ich wollt grad barrier ziehen ohhhh hat der xpunch vor mir ready gehabt so ne scheiße ähhhhhhh pfff kacke hat mich die dumme sejuani ulti so übelst geslowt man echt ich hätte erst auch rischen sollen und dann ulti ziehen sollen zu machen do for you ah der twitch stand soweit hinten ey ich konnte ihn nicht killen ey ich konnte einfach nicht vor allem ich verstehe auch gar nicht wie der so viel schaden machen kann ich hab viel bessere items als der ich werde das ah fuck ey ah fuck ey es ist nun weil ich wieder bis zum letzten moment warten wollte mit barrier weißt du ey kacke ey das ist doch nicht so schlimm ja doch ich hätte nicht sterben müssen NEIN ich hätte den twitch töten können ja aber jetzt wird's lustiger er hat das rote wort item er ist ein blue ne die fiora die alter du musst auf jeden fall oben hingehen der ist recht die fiora ist richtig krass ne ja die ist aber richtig krass ne die hat schon 100 farm ey give me the blue müssen die auf jeden fall tot machen ey das war mal ein problem ey das macht die uns nämlich tot oh hast du dir echten oracle gekauft warum nicht boah das ist ja ganz schön mies für den twitch ja du hast kaum ne range junger kaum so ein blue wär gar nicht schlecht ja ich geh ich geh schon tschüss oh da will ich den catchen oh da will ich nicht hat die hier ne ward oder was komm 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 nicht durch die wand nur sonst immer da ist ein g oder ich springe mit ulti in den rhein er hat doch einfach weg oder jetzt hat er nur noch eine sehr schön das finde ich gut küsse mal angezeigt wie viele noch hat sehr schöne garen hätte ich nicht gedacht hat er in omen zieht ja kommen ja unsichtbar ja wollte gerade sagen also auf sich waren ja die ist sowieso ja die ist auch nur und oder war die schon mal woanders der weg ja die haben ja wohl jetzt ist die direkt kommen ah die wird jetzt mitkommen hey hey du bist ja frech bist krank wirklich jetzt mal wirklich jetzt mal wirklich ja sorry ja also mit so lowlife dachte der bisschen denken weißt du so geht mir dann auch immer wenn ich das erste mal in der mitte spiele krieg immer ein champion auf die voralte ich hab kein maler mit den sonst eigentlich mit entziehen gekillt der twitch von denen ist aber auch echt nicht gut also mich wunderte immer noch sehr wie warum das so viel schaden macht also also ich habe mehr fahren als der ich habe bessere items im bluetooth da gesteckt also auch der blitzkrieg den sein exos hat mich halt folgekackt gefickt und ss oben wäre mal nicht gut wäre echt mal nicht schlecht gewesen er hatte ss geschrieben ich bin weg ne ja tschüss tschau tschau ja der garen baut der tanki aber der baut rüstung also die haben auf jeden fall keinen adc kommt runter aus dem mann hinterher und bitte jetzt wurden wir recht viele ginkt ja ganz positiv vier mann und die wollen die wollen direkt machen können wir dahin denn es ja ich habe nur keine holte jetzt ne auch scheiße man ernsthaft masai wieso gehe ich denn da überhaupt hin echt man ey wieso gehe ich überhaupt dahin echt ich weiß nicht ich habe auch nicht gedacht hat der g mich noch mal anschauen wie der mir mit zwei alpha strike 744 schaden macht er holy shit man ap also nicht hat er gerade versucht aber gut warum stirbt die denn nicht die flasht hat ja aber kriegt die keinen schaden oder so scheiße war ja voll von haas nicht passend ich auch noch deswegen und schon wieder mein oracle wie die ja wir werden auch richtig geil er ist aber auch wenn sie sind die sind aber auch zu füllen ja die sind fünf oben weiß ja wenn ich doch in drei reingehe und dann musst du doch nicht zum support ich gebe mir zu fünft unten sind die weisse und dann der garen er macht halt auch nichts der pusht nicht der macht gar nichts da muss er halt auch pushen wenn er wenn die fiora nicht oben ist dann muss der gern halt auch pushen jetzt kommt von hinten hier der twitch ist ein mega nur nicht er kann gar nichts ja weil er mich auch gekillt hat auch durch dummheit auch dumm reingerannt ja war ja wieder geil hat die wieder nicht gestorben ist echt das war wieder mega nachdem ich war nicht kommt wie auch das ist schon unten kommen wieder 100 alpha strikes ich hasse diesen champion so sehr ne echt war pg ist so peinlich man echt das ist so ein peinlicher scheiß man echt sobald du ein kills man hast du alle cds resettet man sie ist ja einfach instant hp hoch und das ist so bescheuert man echt wenn du kein cc hast man kannst du gegen diesen champion nichts machen der steht einfach in fünf mann drin und zieht sich komplett hochgeregt also hat es so beknackt der garen er redet auch viel aber machen tut er auch nicht viel er hat da einen kill oben gemacht aber so an team falls sich beteiligen oder man drake mitmachen macht er auch nicht ich meine ganzen tag auf top lane campen da kann ich auch und vor allem hat die fiora auch noch mehr farm als der und die rom und ja nicht na eben der twitch von denen wie gesagt er der macht gar nix er ist nicht gut überhaupt nicht mehr farm als der wappen kills seit jedes mal ist halt jedes mal zu viert sind unten oder zu ds auch oder miss aber zwei oracles verloren richtig dumm die ganze zeit eigentlich muss man gucken ob er hat hier irgendwie regeln ich meine mit der sonja die ist instant gezogen wenn ich da rein springen und den vier kommt dann dann nicht mehr raus und so ist es kommt kommt der troll und allein schon wenn ich schon höre der spiel zum ersten mal die ap preise das sagt schon alles der kann halt einfach trotzdem damit rüber holen das ist einfach krass joshi hat den auch gespielt hat er gesagt wir haben alle hier gesagt er gesagt er spielt nur support hier ist dann direkt also schnell man vier leute ja versuch irgendwie zu kommen das problem ist nur da steht ein wort alter will der echt hier hoch kommen alter er sich ehrlich ehrlich mann hast du da gesehen willst du mich verarschen g oder was habt ihr überall words oder was jetzt küche und die ab pass auf gleich kommt die ulti von der sejuani hey alter das ist echt krass man alter wo er ist auf hinter mir ich bin bei dir 4 4 4 4 4 4 4 4 sehr schön hier war noch einer irgendwo nach der g war nämlich aber auch der war tot der blitz war nur noch da die euro köln wenn ich erstmal der sonja sagt dann läuft hat er hausend 200 gold noch gut sehr schön die euro gegend ja wie gesagt diese gangster unten und diese diese wir müssen echt ein bisschen passiver spielen diese aggressiv spielen er auch vorhin wie ich mich da dumm töten lassen habe und auch kathie ist einmal dumm gestorben du auch ist auf dadurch den oracle verloren haben wir das einstellen dann schaffen wir das hier locker ein die fiora ist auch nicht so helle also ich meine ganz ehrlich war eigentlich den perfekten held nicht silence und vier kann ich den unterhalt hat die auch leona auch mit kassi kann einfach rosen sachen da hast du gesehen dass denn es nicht auf den gekloppt haben wenn wir können nichts haben kannst du nichts machen dagegen er kriegt so viel resi ist reingepumpt da stehst du einfach nur daneben und guckst du wieder sich was die dennis ich habe auch ulti was wir könnten ich könnte jetzt richtig rein halten wenn du da hinkommst kathie können wir dahin aber das sind so viele jetzt gerade sind auch bestimmt zu fünft wieder oder die haben gewordert glaube ich gerade warum sehe ich warum zur hölle wird hier erfahrt ja nicht was ist das denn für ein scheiß jetzt kommt er hier noch mit ulti sehr schön gar nicht schätzen gar nicht schätzen scheiß auf den mann echt scheiß auf den affe gar nicht schätzen einfach den drake machen und gut ist aber gute ulti von mir eigentlich sicher war gut fünf mann rein sehr gut eine sonja sub ist natürlich noch geiler sehr schön in drag gekriegt teamfalt auch gewonnen 1 gegen 3 gegen 4 getauscht sonst habe ich sehr gut sie haben sich natürlich ein bisschen kacke gesplittet er da konnte ich nicht mehr mit spray einhalten aber naja so langsam items und es langsam zu ein bisschen schaden der gern baut voll russi oder mehr von live bisschen russi deswegen haben wir auch zwei klinge des gestürzten macht ja auch sinn dann twitch wie gesagt er macht nicht viel also er macht zwar schon schaden aber ich mache auf jeden fall viel viel mehr hallo ach blu hast du gesagt ich hab hallo verstanden denk dran hier ist nur wort drinnen rein in der mitte blitzchen kommt vielleicht nach oben gut weggesmited ane du hast ihn gekriegt warum hä ja ich komme jetzt mit wir sollten vielleicht auch mal so in den nächsten zwei drei vier minuten sollten wir vielleicht mal ein wort an der show setzen die könnten den schon machen mit den beiden blade of the ring king bolster in da machen die den schon ziemlich easy der g ist hier wo alle der weg beschützen oh shit alter boah haben die mich reingekloppt sehr schön sehr schön ist trotzdem noch ganz gut zwei gegen drei immer noch hey wie schnell ich aber auch geplatzt bin echt so blade wall das habe ich eher da gewesen hätten wir die alle der switch hat mich gekehlt er hat mir richtig viel schaden gemacht spray and pray ich stand auch ungünstig habe direkt auch die ulti von der sejuani abbekommen war ein bisschen scheiße ein bisschen anders hinstellen müssen aber ich hatte auch keinen flash ready sonst wäre ich direkt weg geflasht ein bisschen geld noch nach meinem tod ready gekriegt aber ich denke mal trotzdem da ist schon ganz geil mit viertel ulti hekarim und leona zack da rein halten dann komme ich mit meinem ulti rein da ziehen wir die weg der g war auch instant tot echt voll komisch hat er durch deinen links nicht getroffen wurde durch deinen charge da ne ich glaube ich von dir war das ne kati dein komischer glanz oder womit du dich ran ziehst wo der g nicht getroffen weil er dich genau in dem moment angesprochen hat mal krass da raus echt 50 sekunden habe ich ulti wieder der g spielt aber auch echt dreist oder der kommt manchmal reingesprungen ich hole mir mal eben red buff nach wenigstens gibt er mir auch den red ich finde auch die stil fiora ist auch richtig böse gut ist alles da hast du auch wieder ulti gleich ja ne 10 sekunden wir könnten eigentlich mal da kommt der blitz könnten go machen wir haben ja alles hier ultra ready go 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 oh fuck ja das war es mit meiner ulti oh shit alter wo ist denn der garen garen was ist los mit dir der ist doch tanky as fuck warum warum ist der denn ja der beschützt den falschen der muss bei unserem adc und bei unserem mage bleiben kann ich doch nichts hören was ist das denn für ein vogel ey ja super klasse echt super klasse aktion man echt vor allem wie der g einfach mal wieder ulti sein sein healer macht einfach unzerstörbar ist man echt kannst du mit 500 da crits in den rein prügeln das ist egal echt die sejuani ult war die schlimme die hat direkt meine abgebrochen ja vor allen dingen sejuani ulti ne stunt ich auch echt für ewigkeiten man ja weiß nicht der garen der hat auch richtig also ich finde der hat richtig hart gefällt man der hätte den einfach nur silencen müssen den g dann hätten wir den gekillt instant ja wir müssen go machen können die nicht einfach hergeben immer top das ist echt so bitter man weil die eigentlich echt richtig schlecht sind boah alter zieht die fiora mich weg leck mich am arsch man echt die macht ja voll den übertriebenen damage ja das ist nicht cool das ist gar nicht cool machen sie drake wollen so machen der garen aber echt oh mann ey das ist echt ein braten der kerl ey wie viele leben denn fiora und schnur sejuani auch noch ich meine der garen den kriegst du echt nicht mehr so einfach tot der hat 300 rüstung oder was boah das ist aber auch echt schlimm mann 300 rüstung hat er ja aber der macht halt auch nix eher anstatt der auch mal ein oracle kauft oder so sehr schönes auf weg ist noch ab na holt hat sie gewährleistet schon mal vor scheiße so boah hatte twitch der mitgefressen ja gesehen jetzt macht auch leider schon echten schaden er war das problem ist auch bei dem nicht nur der twitch schaden macht sondern die fiora macht der massa jahre hat sich der wird sich auch ein zuhören das war schon mal mit anstatt der verstehe nicht braucht ihr noch nur einmal silenz in den typ der drake der ist noch da na dann machen wir den jetzt aber ich habe mich ein bisschen und einfach in die base der jungen er rennt einfach in die base rein man der typ er das ist doch echt ein witz boah ich hasse solche leute ich da krieg ich ein horn können nicht nur mal spielen er müssen einfach in die base rennen und backdown also auch wenn backdown ganz normale sache ist nicht die man echt machen kann sowas ist echt scheiße so macht man nicht da blitzkrieg zieht den doch ja super man ist doch scheiße ist doch richtige scheiße man nicht geht ja geht er hat auch noch ein disconnect ja geil echt ist richtig gut ja das game werden wir auf jeden fall nicht so einfach gewinnen das richtig schwer werden der twitch der macht auch schon echt ziemlich viel schaden inzwischen jetzt machen die berlin oh man ich finde doch einfach mega krass man wie du mit apd echt nichts anderes machen muss als der q spamm er ist wenn dann tue ich das hier nicht kannst du vergessen wenn ich hier bis zum letzten scheiß tower kämpfe das gebe ich hier nicht auf das game ja die machen alles können ja auch alles durchziehen einfach so das gibt mir auch mehr der g man guckt ihr dann ja wir können uns jetzt ausruhen japan und das märchen ich viel rein ja er passiert halt auch wenn man sich so wie der german halt einfach 20 minuten aus dem game raushält oder noch länger er hat nichts gemacht sehr schönes ulti ja war echt schön hat die richtig hart angenommen der ulti weil der twitch auch weil der twitch halt auch ziemlich weit vorne war er war instant tot jetzt war noch geflasht wir sollten mal pushen jetzt 50 sekunden schaffen wir überhaupt zu pushen der spart haben die doch gehabt oder nicht der gerade gepinkt ja nehme ich einfach mal an oder denn den einen turm kriegen auf jeden fall dann kann ich mir danach red war freuen ja wir müssen das noch mal so machen müssen sich normal wir müssen die noch mal dumm catchen problem ist halt die haben auch so ein scheiß der kann halt auch high range einfach rein halten er ist mega beknackt der blu ist weg von uns noch der blu sagt ja ich habe den neu jetzt bist du gestorben gerade im team ja ja war ein für fünf ist ja ja es ist nur du gestorben oder ja ja okay das ist natürlich ordentlich aber durch sonja ist noch ein bisschen scheiß auf kommst du noch weg aber die spray and pray alter quadra kill einfach reingehalten er richtig geil einfach reingehalten in die affen da würde ich mal sagen da hat sich ja mal mega gelandet kraft ist man wenn die auf einen haufen stehen wie die platzene oben die wette ist ein teamfight habe ich die moniker rusht das ist schön gern pusht ich lasse uns mal mitte durch pushen kathie was mit berlin muss ich auch gleich wieder auf sein ich bin geworden eben ja na ok wäre besser als wir da keine vision haben oder ja ja ist schon ok ich habe gesagt ist ok alles gut hast du nicht gegeistet ne jetzt ist alles gut war echt unten lange haben wir noch nicht lange den tower kriegen war aber den hier bin ich nicht mal nicht wieder da switch ist da mit wirklich wo ist die hellseherin alter was ist denn los wichtig gezogen ab na jetzt kommt der noch der fette kommt der durch die wand der stelle ich kann es nicht glauben na egal ich mache jetzt einfach hier hat mache ich mehr schaden noch mehr der menschen ich hole mir jetzt noch klingel b utrk karte und dann ist auf kannst du die bitte noch mal alle auf einen fleck betten damit ich die dann mit spray and prey weghauten kann jetzt wäre ich also ich achten die mit der ulti gleich ja das habe ich auch gerne denn es um hoch zu mir der zieht dich nicht sehr schön sehr schön sehr schön gebetet vom tennis sehr schön gebetet richtig schön ja jetzt können wir hier langsam pushen der garen er macht auch schöne sachen er hat auch gerade ein bisschen drück gemacht kriegt er den kriegt er den ne kriegt er nicht doch kriegt er sehr schöne ulti wir könnten eigentlich mal könnten eigentlich mal ähm ne schleich machen mein gott ja sorry user joint channel hat mich voll aus der bahn geworfen den ihr blut ich gucke mal ob der red da ist von dem ich habe auch jetzt gleich schon du es nicht aber red es nicht ab drake ist ab sagen drake und dann gehe ich back hol mir das blade und dann ich habe auch noch einen realize dann ja der müsste jetzt hier im moment kommen oh fuck ey ich kann nicht nur recallen ich dachte die gleich kommen wenn baron ab ist ne echt alle dahin baron ist ab der twitch ist unten wir könnten auch theoretisch eigentlich machen der twitch ist unten der kann nichts machen dagegen ist aber nett dass die uns einfach so ein baron geben nicht sehr sozial boah der g der macht ey die machen beide einfach backdoor ey so jetzt können wir einfach mitte durch pushen würde ich sagen ich war mir kommt von der seite und der twitch versteckt dich in der euro go go mitte coole ulti twitch ist oben den turm back bei garen also die fällt aber auch früh auf der oh mein gott der oh mein gott ich bin nur da ne wenn ihr go machen wollt jawohl schön reingehalten von hinten echt richtig gut dennis das ist nicht gleich ja wenn ich nicht geflasht wäre ich instant gestorben die haben auf okay ja das war's was ich heute mit der neue wochen wir schon gefallen und sagen bis zum nächsten mal fertig vor einem